Heute wollen wir uns in einem etwas längeren Video mal anschauen, wie wir eigene Sprachmodelle in ChatGPT erstellen, sodass die erstellten Texte mehr dem persönlichen Schreibstil auch entsprechen. Ich wünsche euch viel Spaß. Seit einiger Zeit ist es nun möglich, in der Bezahlvariante von ChatGPT eigene Sprachmodelle zu erstellen und diese zu trainieren. Und ich habe mir Gedanken gemacht, für was kann ich so etwas brauchen? Und da ich oft die Kritik höre, dass die herausgegebenen Texte von ChatGPT dicht dem gewünschten Schreibstil entsprechen, versuche ich jetzt einfach mal ein Sprachmodell zu erstellen, zu trainieren, womit die ChatGPT-Texte mehr nach mir klingen und eben nicht so einfach KI generiert, wie wir sie bislang kennen. Das Zauberwort in diesem Fall, das ist die ExploreGPT, also die Sprachmodelle, die kann man jetzt hier einfach auch mal entdecken. Es gibt jede Menge öffentliche Sprachmodelle, die man auch nutzen kann, aber ich möchte ja ein eigenes erstellen, womit die Texte auch nach mir klingen. Und ich habe hier jetzt zwei Bereiche, Create, Configure, also erstellen und konfigurieren. Und mein Ziel ist es jetzt, ein Sprachmodell zu erstellen, mit dem ja Texte, Artikel, Blogbeiträge, die erarbeitet werden, meinem Schreibstil entsprechen. Und das gebe ich jetzt hier erstmal in diese Chatmaske ein. Ich möchte ein Sprachprofil oder ein Sprachmodell erstellen, mit dem die erstellten Texte, Blogartikel, Pressemitteilung und andere Veröffentlichungen mehr dem Schreibstil von Tobias Albers-Heinemann entsprechen. Punkt. Ich möchte gerne, dass wir diese Unterhaltung in deutscher Sprache führen. So, diesen letzten Satz, den habe ich nochmal hinzugefügt, weil ChatGPT dann auch mal ganz gerne in Englisch antwortet oder einfach auch so die Sätze mit Englisch beginnt. Und hier habe ich einfach auch jederzeit die Möglichkeit zu sagen, hallo, lassen Sie uns bitte auf Deutsch oder auf Französisch oder auf Italienisch unterhalten, weil ich mir damit einfach sicher bin. So, der GPT-Bilder, der ist jetzt gerade dabei, dieses Sprachmodell zu erstellen und brauche jetzt noch ein paar Infos zu mir. So, für diesen spezialisierten GPT schlage ich den Namen Tobias Style Assistant vor. Wie klingt das für Sie? Ja, er gibt mir auch schon direkt ein Bild, ein Profilbild, was vorgeschlagen wird. Ja, klingt gut. Gut. Nehmen wir. So, zur weiteren Entwicklung. Welche spezifischen Merkmale oder Eigenschaften sollen hervorgehoben werden? Also jetzt geht es ja darum, diesem Sprachmodell beizubringen, wie mein Sprachstil überhaupt klingt und was eigentlich so die Charaktere von meinem Sprachstil sind. Und das setzt erstmal auch voraus, dass ich auch einen Schreib- und Sprachstil habe und mir dessen auch bewusst bin. Also das heißt, ich muss mich sowieso mit der Materie auch auseinandersetzen, was macht meine Texte aus und ja, wie formuliere ich das, dass eben das Sprachmodell damit auch umgehen kann. So, zum einen kann ich mir einige kurze Sätze einfach auch mal überlegen. Er schreibt jetzt hier, welche Themen oder Arten sollen, sollen die Antworten von Tobias eher informativ-sachlich sein. Das heißt, hier sind nochmal so Vorschläge. Zum einen, ich möchte, dass du immer in der dritten Person schreibst, außer ich gebe es explizit vor. So, schreibe informativ-sachlich wenig Schachtelsätze. Und jetzt kommt nämlich etwas, was bei GPT nämlich auch ziemlich cool ist, um das Sprachmodell zu erstellen. Ich kann ihm jetzt nämlich auch sagen, orientiere dich bitte an Texten, die ich bereits geschrieben habe. Und ich habe jetzt hier auf dem Desktop zum Beispiel einen Ordner. Und hier in diesem Ordner sind jetzt eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Texte von mir. Das sind zum einen Blogartikel, sind das. Das sind aber auch andere Veröffentlichungen, die ich gemacht habe, die mir jetzt vorliegen. Und die kann ich jetzt gleich hochladen und diesem Sprachmodell sagen, orientiere dich bitte an diesen Texten. Das heißt, ich habe jetzt hier schon mal ein paar Vorgaben gemacht und schreibe jetzt noch dazu. Und orientiere dich im Schreibstil hauptsächlich an den hochgeladenen Texten. So, jetzt klicke ich mal auf Enter und ich lade die Texte jetzt auch nicht, oh, something went wrong. Das kann natürlich auch immer mal wieder passieren, dass die Server irgendwie gerade an einem Lastlimit sind. Da geht man einfach auf Regenerate und dann fängt es wieder von vorne an. Und ich kann jetzt zwar auch hier über das Ausrufezeichen einen Text hochladen, aber ich habe jetzt hier auch gleich die Möglichkeit, unter Configure einfach die ganzen Texte, die ich haben möchte, dann auch nochmal als PDF oder Textdatei entsprechend hochzuladen und die Datenbasis für das Sprachmodell zu erschaffen. So, er sagt jetzt, er ist soweit gut, dass wir im Playground im Prinzip ein bisschen ausprobieren können. Das heißt, ich habe jetzt hier rechts schon mal die Möglichkeit, meinen Style oder meinen Style Assistant irgendwie auszuprobieren. Das möchte ich aber noch nicht, denn ich möchte ja hier noch in den Bereich Configure gehen. Und hier sind nochmal die Instructions, also das, was das GPT tun soll, machen soll. Das sind die Ergebnisse, die aus dem Chat jetzt im Prinzip zusammengefasst wurden. Die werden jetzt hier nochmal als Eingabeaufforderung angegeben. Und ich habe jetzt hier die Möglichkeit, bei Knowledge, so eine Knowledge Base, also im Prinzip die Datenbasis jetzt auch festzulegen über Upload Files. Und da gehe ich jetzt in diesen Ordner rein. Ich markiere mir jetzt einfach alle Artikel und lade die mir hoch. Und dann kann nämlich die KI oder das Sprachmodell diese Artikel analysieren und ja auch mit dem Sprachstil arbeiten, den ich hier auch vorgegeben habe. Wenn ich soweit bin, kann ich das ganze Modell hier rechts oben, also kann ich nicht nur, ich muss es auch abspeichern. Und hier habe ich auch jetzt die Möglichkeit, es entweder nur für mich, für andere Menschen mit einem Link oder öffentlich für jeden zu veröffentlichen. Also wir erinnern uns vorhin mit Explore GPT, dieser Button links oben. Dort hat man auch Zugriff auf öffentliche Sprachmodelle und ich kann mein Sprachmodell dann im Prinzip auch öffentlich anbieten für alle, die einen GPT-Account haben. Das möchte ich aber nicht. Und deswegen sage ich jetzt hier entweder only, only me, also nur für mich. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel einen Style-Guide für eine Einrichtung schreibe, wo ich sage, wir wollen Blogartikel alle irgendwie möglichst einheitlich auch schreiben. Dann kann ich anyone with a link sagen und den Link den Kolleginnen und Kollegen zur Verfügung stellen, dass die in ihrem Chat-GPT-Account auch entsprechend meinen Assistant mitbenutzen können. So, jetzt klicke ich mal hier auf Confirm und dann schauen wir uns gleich einfach mal an, was mein Style Assistant alles so drauf hat. Natürlich kann ich die Datenbasis noch wesentlich exakter machen und detaillierter noch aussehen. Das sollte ich auch machen, denn jetzt nur die sieben Texte, das ist jetzt nicht so viel. Auch die Angaben, die ich gemacht habe mit Shuttle-Sätze und dritte Person, das ist jetzt wirklich nur ganz oberflächlich. Das heißt, je intensiver, je detaillierter ich diese Angaben mache, desto besser werden auch die Texte. Und wir probieren das jetzt einfach mal aus. Ich habe jetzt hier zum Beispiel auf dem Desktop liegen ein Audiotranskript. Das ist ein Transkript von einem Video mit meinem Kollegen, dem Lukas. Und ich möchte jetzt einen Blogartikel daraus schreiben und lasse zum einen erstmal Chat-GPT das machen, ohne Style Assist, damit wir gleich den Unterschied sehen. Das heißt, ich schreibe jetzt hier, fasse das Grenzskript einem neuen Blogartikel zusammen. Auch hier gebe ich jetzt gar nicht viele oder gar keine Vorgaben für Schreibstil und so weiter. Und ich kopiere mir jetzt alles, damit wir nachher im Tobias Style Assistant genau die gleiche Eingabeaufforderung nochmal geben können. So, Chat-GPT schreibt jetzt. Und das sind jetzt die Ergebnisse, die ich jetzt über den normalen Pro-Account auch bekomme. Zur Zusammenfassung des Transkriptes, Lukas Sparlinger über digitale 3D-Räume, Name und Hintergrund, Erfahrung mit digitalen 3D-Räumen. Das sind jetzt im Prinzip die Fragen, Faszination. Sparlinger hat in seiner Jugend diverse Computerspiele gespielt, reale Menschen in diesen digitalen Raum getroffen, sowohl auf LAN-Partys als auch online. Seine Erfahrungen mit VR-Brillen war ein Projekt jedoch begrenzt. Sachlich, nicht falsch, kann man natürlich ein bisschen interessanter schreiben. Jetzt kommt die Gegenprobe. Jetzt gehen wir mal in den Style Assistant. Dafür, der taucht hier auf der linken Seite aus, sobald der gespeichert ist. Und ich kopiere jetzt das rein, was ich vorhin auch gegeben oder geschrieben habe. Das heißt, fasse einfach nur zusammen und das Transkript. Und dann bin ich jetzt mal gespannt, was Chat-GPT da jetzt macht. In der heutigen digitalen Ära entstehen ständig neue Technologien, die die Art und Weise, wie wir lernen, kommunizieren, interagieren, revoluzidieren. Lukas Sparlinger, Referent für digitale Bildung, gesellschaftliche Verantwortung. Der Vergesche Kirche in Hessen und Nassau, das Projekt des Individuals Social, teilt seine Erfahrungen, digitalen Territäre. Da muss ich sagen, es ist irgendwie, entspricht meinem Schreibstil, dass ich, wenn ich eine Aussage habe, ständig neue Technologien, die die Art und Weise, wie wir lernen. Und dann habe ich Lernen, kommunizieren, interagieren, drei Verben. Das ist irgendwie ein Schreibstil, das ist bei mir mit drin. Also das passt schon mal ziemlich gut. So, Erfahrung mit digitalen 3D-Räumen. Jetzt sehen wir auch, das ist nicht nur eine Zusammenfassung von den verschiedenen Punkten, von den Fragen, sondern es ist eine thematische Zusammenfassung. So, für Sparlinger liegt die Faszination, digitale 3D-Räume in der immersiven Erfahrung und der Möglichkeit, in eine virtuelle Welt einzutauchen. Erhebt er vor, dass die Technologie eine tiefere, intuitivere Form der Kommunikation ermöglicht, die sich von traditionellen Videokonferenzen unterscheidet. Ist nochmal auf der Sachebene nicht anders, viel anders als der andere Text, aber im Schreibstil nochmal wesentlich interessanter, wesentlich schöner, wesentlich. Ja, es entspricht mehr meinem Schreibstil, sodass ich auch mehr damit zufrieden bin. Natürlich gibt es jetzt hier auch viele weitere Szenarien, wie ich diese Sprachmodelle, dieses Trainieren der Sprachmodelle noch weiter verwenden kann. Sei es jetzt im Schreibstil, eine eigene Predigt, eine Andacht oder Presseartikel, Blogartikel, Aufsätze, Arbeiten. Aber ich kann natürlich auch mit der Datenbasis von komplexeren Sprachmodellen einfach ausspielen und die einfach nochmal detaillierter zur Verfügung stellen. Gerade wenn es auch so um internes Wissen, Bedienungsanleitungen, Projektbeschreibungen oder Antragswesen so weiter auch geht, dass ich die KI einfach damit ja mehr qualifiziere, auch inhaltlich fundiertere Texte zu schreiben. Lassen wir das Ganze mal so stehen, lassen wir das mal sacken. Und vielleicht hast du ja auch schon mal Erfahrungen mit diesen Sprachmodellen gemacht. Dann würde mich das brennend interessieren, wie diese aussehen. Schreib das mal in die Kommentare, meld uns das mal zurück. Und bis dahin wünsche ich dir alles Gute, viel Spaß beim Experimentieren und bis bald. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020